Die Chefs großer Fluggesellschaften, darunter Lufthansa und American Airlines, dringen darauf, den Luftverkehr zwischen den USA und Europa wieder aufzunehmen. Vier Geschäftsführer fordern in einem Schreiben an die Vereinigten Staaten und die Europäische Union unter anderem ein gemeinsames Covid-19-Testprogramm, damit die Transatlantikflüge ohne Einreisebeschränkungen wieder aufgenommen werden können. Wir fordern sie dringend auf, die Annahme eines gemeinsamen Covid-19-Testprogramms der USA und der EU in Betracht zu ziehen, heißt es in dem Brief. Um die Sicherheit zu erhöhen und das Vertrauen in den transatlantischen Passagierflugverkehr zu stärken. Adressaten des Schreibens sind US-Vizepräsident Mike Pence und EU-Innenkommissarin Ilva Johansson. Wegen der Corona-Pandemie ist der Flugverkehr über dem Atlantik in beiden Richtungen stark eingeschränkt. Die Luftfahrtvereinigung IATA geht davon aus, dass allein Europas Fluggesellschaften dieses Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie 65,5 Milliarden Euro verlieren werden. Ich habe die Schreibenssicht für die Schreibenssicht ins